Was, wenn dich David nicht gefunden hätte? Dad? Dad, oh Gott! Bist du verletzt? Ja, dann schätze ich mal, ich wäre morgen früh als Erster auf dem Eis gewesen. Das wird ein wunderbarer Tag. Dann lass uns mal aufbauen. Die Fische warten schon. Kein Fernseher, kein Telefon. Es entspannt ihn so einfach mal, den Alltag hinter sich zu lassen. Im tiefsten Winter. Was war das denn? Die Leine. Ich hab sie. Ich glaub, wir haben alle denselben Fisch am Haken. Los, wir schnur. Los, los. Mach, Mensch, war das Missfigur. Ein größeres Loch wäre nicht schlecht. Es lauert etwas unterm Eis. An vielen Stellen ist das Eis ziemlich weich. An einer Stelle ist ein Koyote eingefroren, bevor irgendwas ihn gefressen hat. Das fressen will. Du heilige Scheiße, hast du das gerade gesehen? Oh Scheiße, was ist das? Hast du schon mal so etwas gesehen? Nein, noch nie. Ich glaube, da ist was mit uns hier auf der Mais. Also, ich will zum Glücksten hier zu verschwinden. Zu versuchen, irgendwo Hilfe zu finden. Du nimmst mir nicht meinen Sohn! David, bloß weg hier! Schnapp dir Gina und sieh zu, dass sie... Wir will für meinen Sohn! Das Ding ist da draußen. Ich werde es töten. Komm raus, ich seh nicht! Ihr könnt doch keinen Wiss erwarten, solange kein Blut ins Wasser tropft. Das Ding ist da draußen. Vielen Dank.